Komm jetzt Luigi, nicht immer so viel trödeln. Ich bin der Trödel, Hannes. Ja, warte auf mich. Komm jetzt rüber. Warte, warte, ich bin schon auf dem Weg. Okay, weißt du was, ich gehe einfach durch die Tür. Nein, ich gehe vor dir. Piranha-Pflanze bei Luigi. Aua, Mann. Katztastisch, begrüßen wir euch zu unserer neuen Folge. Es ist in Super Mario 3D World hier auf Katze. Ich bin Elgir und mein Co-Moderator Katze ist natürlich auch wieder am Start. Hallo. Hallo, ich bin auch dabei. Und Show Green ist los mit Welt 2-1. Pecondors Wüstenruini. Ruine. Wüstenruini. Wir sind jetzt in der Wüstenruini. Hey, Vogel, weg da. Ich finde, ich habe das gut gemacht für das erste Mal aufzulassen. Und meine Liebe, hier kommt noch der Riesweiss. Wenn euch dieses Video gefällt und natürlich mein Kommentar dazu, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr keine spannenden und lehrreichen Videos mehr verpasst. Ja. So, jetzt konzentrier dich auf das Spiel. Was? Kannst du nicht hier die Hauptmoderation übernehmen? Nee, ich bin heute Kuh-Moderatorat, hast du gesagt. So. Oh Mann. Huhe. Wir sind in der Wüstenruini. Hör doch auf. Ich mache mich auch nicht über dich lustig. Meine, ich finde das Wort lustig. So. Guck mal da oben. Eine goldene Röhre, wie bei Mario Kart. Eine goldene Röhre. Hör doch auf. Wir sind doch nicht in der Schweiz. Oh, in der Schweiz. Liebe Grüße an die Schweizer, oder? Die hängen doch oft im I-Krad ans Mord. Stimmt. Oh, Münz-Regen. Wie in Mario Kart, sag ich doch. Nee. Ich glaube, ich bin abgestürzt. Ja, warum eigentlich? Okay, wir gehen wieder raus. Tschüss. Entschuldigung. Was hast du da? Weiß ich nicht. So. Warte. Hol mich da mal raus. Danke schön. Toll. Ich wollte das Katzenkostüm. Ja, ich kann sie doch gleich geben. Ich habe sie doch in der Tasche. Doch, ich habe sie in der Hosentasche. In der Hosentasche. Ja. In der Felltasche. So. Hack 10. Mach sie platt. Oh, ein Picondor. Ein Picondor. Ach, das sind die Picondors. Ja, die Picondors in der Wüstenruini. Warte, warte. Achtung, soll ich auch noch nehmen? Bist du mir vielleicht helfen, die roten Münzen einzusammeln? Ich dachte, das ist gefährlich, der Sand. Ja, aber du kannst uns trotzdem helfen. Oh nein, die haben mich gepickt. Und vielleicht wartest du auf mich. Aber die haben mich gepickt. Gepickt. Ach so, gepickt hast du gesagt. Ja. So. Picondor. Ich bin eine Katze wieder. Ein Kätzchen. Ein Kätzle. So. Aber mögen Katzen Wasser? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es so ein Klingel. Wobei, keine Ahnung. Ich dachte eher, das ist so ein Klischee, dass sie kein Wasser mögen. Aber die haben schon nicht unbedingt Angst, aber die wollen nicht unbedingt nass werden. Also Angst nicht, aber das finden sie jetzt eher unangenehm. Okay. Aber nicht alle Katzen, muss man sagen. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht so ganz meins. Ja, ganz langsam. Guck mal, das schafft man. Das schafft man. Das schaffe ich. So. Und. Hochspringen. Ach man. Ich wollte mein Katzen-Süchling behalten. Aber so kannst du die Picondors ab... Oh, 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 nein. Oh weia. Ja. Oh weia. Oh weia. Kannst du mal da rüber gehen, auf sicheres Terrain, damit ich aus meiner Blase kommen kann. Auf sicheres Terrain. Bitteschön. Oh. Jetzt komm, Frau Perspektive. Nein. Warum wirfst du die Glocke runter? Ich hab die nicht runtergeworfen. Ich hab's gesehen. Wir haben's alle gesehen. Wir haben's alle gesehen. Aber es war nicht mit Absicht. Guck, der kann alles kaputt pieksen. Guck. Lass den noch pieksen. Warum soll der was kaputt pieksen? Da ist ein Stern. Ach so. Das wusste ich doch nicht. Deswegen hab ich ja gesagt, lass ihn in Ruhe. Guck mal, Kapitän Toad. Wo? Da. Da. Willst du ihn retten? Kapitän Harrybert. Ich rette ihn. Kapitän Harrybert. Ja, so. Los geht's. So, los geht's. Oh, tut er konzentriert. Ja. Komm, komm, schnell, schnell, schnell. Ne, 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 ne. Okay, Achtung. Langsam, langsam. Und jetzt geradeaus. Komm, komm, komm. Jetzt, Rosalina, streng dich an. Ich streng mich an. Ich mach's lieber langsam. Jetzt auf die Schnelle. Immer helle. So, warte auf mich. Oh, da hinten ist schon... Du bist hochkonzentriert, merken wir alle. Ja, da hinten ist schon das Ziel. Ja, du musst nur noch da reinspringen. Schnell, 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 schnell. Juhu. Jetzt ab ins Ziel. Komm hier rein, komm hier rein. Sehr gut. Ja, warte. Miau, miau. So, 4000 Punkte. Das war nicht schlecht. Ja. Und... Frauenpowerlevel beendet. Ein Hoch auf die Frauen. Ja. Wir haben's geschafft. So. Aber jetzt geht es noch weiter für uns. Toll. Und schon wieder hast du die Krone. Ja, ich hab einfach ein bisschen mehr erledigt. Ich glaube, man verliert auch Punkte, wenn man abstürzt. So, wir brauchen jetzt Luigi und Rosalina. Das heißt, ich kann nie die Krone tragen, weil ich ständig abstürze. Du musst dich einfach mehr konzentrieren. Nein. Oder mehr üben. Ja, toll. Toll. Toll, bist du jetzt beleidigt? Ja. Nein, sein Quatsch. Oh, nimm eine Pflanze mit. Nein. Okay, ich nehme eine mit. Ich nehme dich mit. Guck mal, jetzt kann sie dich beißen. Hör auf. Nimm dich recht bis beißt sie. Hör auf. Hey, du Dummkopf. Das war ich nicht. So ein Teppichtörtchen. Ja. Guck mal, hier kannst du eine Pflanze mitnehmen. Nein, ich will keine Pflanze. Kapier's doch endlich. Mach doch nicht die Pflanzen einfach kaputt. Wieso denn nicht? Guck mal, jetzt kannst du doch nutzen, um die Gegner zu fressen. Warte. Hast du nicht die. Warte. Warte, ich muss nochmal zurücklaufen. Ja. Was noch nicht hier schön ist? Oh, nö. Entschuldigung. Hey, Mann. Einfach mal so runtergepiekst. Nein, einfach mal runtergefällst, Spott. Echt, wahr. Und das ist ein super Verb. Ja. Ja, was? Runterversponnen. Runtergeversponnen, ja. Komm jetzt weiter, weiter, weiter. Ich bin doch schon am Start. So. Die Blume brauchen wir nicht mehr. Au. Tom, jetzt die Blume vor dem Eingang. Quatsch. 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 Ich nehme die Blume mit. Ich nehme die Blume mit. Meine Blume hat Hunger. Ja. Jam, 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 jam. Ich auch. So, wow. Ich will die große Blume mitnehmen. Schade, dass das nicht geht. Das wäre das nicht. Au, wow. Lass mich doch in Frieden. Oh, ey. Lass mich doch in Frieden. Hör auf so zu jammern. Und streng mich mal an. Ich streng mich doch schon an. Warte auf mich. Nein, meine Blume. Tja. Ich will eine neue haben. Da ist eine neue Blume. Der Willi ist gestorben. So. So. Und jetzt. Lecker schmecker, lecker schmecker. Kleiner Mund. Und schon schnell in meinen Mund. Und hier geht das Puff. Lecker schmecker. Lecker schmecker. Da ist ein Schalter. Boah. Schon wieder so ein P-Knopf. Ja. Und da ist ein... Sehr gut. Tja. Egal. Tja. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Egal. Na ja. Wuh. Warten gebrennt. Das finde ich mal super. Vorsicht. Fusis. Fusis. Oder Fusis. Eigentlich meinen sie nicht Fusis. Aber bei Fusis ist es auch... Ich geh in die Türe. Ich will dir noch was Lustiges zeigen. Können wir kurz zurück, bitte? Komm, warte, warte. Ich muss dir was Lustiges zeigen. Da ist nämlich Bowser. Ja und? Da ist Bowser. Ja, schau dir mal an. Den musst du besiegen. Und der attackiert Kapitän Toad. Okay. Und jetzt? Besiegen wir Bowser, okay? Jetzt haben wir... Guck, da ist er. Jetzt haben wir das Problem zu unserem Problem. Selbst gebastelt. Schön. Ein selbst gebastelter Bowser. Wenn das mal nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Und warum hat klein Toad das nicht geschafft? Weil er Angst hatte. Oh. Manchmal muss man seine Angst übernehmen, Toadie. Manchmal muss man seine Angst übernehmen. Überwinden. 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 Auf. Okay, schön. So. Du hast gerade so piepsig gesprochen. Da wollte ich das nochmal kurz wiedergeben, damit man dich versteht. Jetzt warte doch mal. Okay, komm. Komm, schnell rüber. Guck mal, das ist doch auch ein schönes Haus, oder? Ich frage mich, wer da drin wohnt. Bisschen Wario. Und mit seinem Kumpel Waluigi. Wau, wau, wau. Waluigi. Wau, wau, wau. Hilfe. Vielleicht wohnt der Yoshi. Mit Donkey Kong. Ja, klar. Der hat meine WG. Ja, wir haben Funky und Dixie Kong mit Donkey Kong. Ja, Dixie Kong ist auch dabei. Ja. Ich liebe Dixie Kong. Ja? Ja, ich habe mich in Dixie Kong verliebt. Aber Mario Kart magst du nicht? Nee, doch. Wobei, doch. Nur wenn du sie fährst, dann mag ich sie nicht. So, wir gehen jetzt da rein. Wie heißt nochmal der Bananenfässeraffe? Funky Kong. Funky Kong. Funky Kong ist mein Charakter. Den habe ich schon so stark gelevelt. Den hast du doch gar nicht. Den Bananenfässeraffe. Ach, das ist Didi Kong, den du hast. Das ist Didi Kong. Dann habe ich halt den gelevelt. Dann habe ich dann halt den gelevelt. Komm jetzt. So, komm jetzt. Komm jetzt, komm jetzt. Oh nein. Das wird doch wieder dein Toadie sein. Oh, danke schön. Sehr freundlich von dir. Wie, von mir? Ich dachte, du hast mir gerade die Glocke gegeben. Weiß ich nicht. Ich habe nicht aufgepasst. So. Kalumbas. Weg da. Weg da. Und da oben gibt es bestimmt eine Fähigkeit. Sollen wir uns diese Fähigkeit holen? Hättest du denn Lust darauf? Weiß ich nicht. Ich bin beschäftigt mit dem Galumba. Mach den platt. Tino. Was habe ich hier Schönes? Du machst die Gumbas platt. Toll. Toll. Hä? Toll. Gumbas, wo ist denn mein Kumpel? Ich habe ihn nicht gesehen. Mann. Oh Mann. Jetzt hat mich der Gumba auch noch geküsst. Warum lässt du dich denn küssen von einem Gumba? Das ist doch eklig. Boah. Feuerblume. Feuerblume. Ja, komm da raus. Ja. Oh nee. Warte, meine Krone. Meine Krone, meine Krone. Ohne meine Krone verlasse ich nicht das Haus. Ohne meine Krone fahre ich heute Nacht nicht heim. Ohne meine Krone will ich nicht bei dir sein. Wurde nur eh nicht. Nicht schlecht. Da oben ist ein Stempel. Ja. Aua. Oh, ich habe direkt deine Fähigkeit verloren. Ja. Passiert. Und siehst du, ich kriege die ganze Zeit die vielen Punkte, weil du sowas nicht einsammelst. Für Stempel, für Sterne. Ja, du schnachst sie mir halt immer vor der Nase weg. Dann musst du halt mal mir mehr Zeit geben. Du bist ein kleiner Ärgerbolzen. Nein, ich bin kein Ärgerbolzen. Okay, jetzt nach oben. Ich will dir nur erklären, dass ich halt nicht so schnell bin. Oh, wirklich. Ja. Das ist schlimm. Jetzt hier rüber. So. Zack, eins weiter. Wow, haben wir es bald mal geschafft. Oh, nach oben, nach oben. Weiter, 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 springen, springen, springen. Komm. Okay. So, und jetzt. Fahne schütteln. Gibt es hier gar nicht so viel zu entdecken. Wir müssen jetzt mit diesem Aufzug nach oben. Okay? Ja, warte. So, komm hoch, komm. Ja, ich sammle doch noch Münzen ein. Okay, dann komm ich noch mal runter. Ja. Siehst du, so nett bin ich zu dir. Komm jetzt rüber. Oh, wir haben wieder Anlaufschwierigkeiten. Jetzt. Oh, hey. Hey, super. Hey, Tony. Also, da können wir wirklich nur in die Hände klatschen. Hey, mach dich nicht lustig. So, jetzt da drüben sind wieder ein paar Gumbas, die dich küssen wollen. Ja. Oder dich. Hey. Ich lasse mich nicht küssen. Ich werde... Dafür folgst du mir in die Schlucht. Nein. Jetzt müssen wir schon wieder den Aufzug nehmen. Ja. Schaffst du das diesmal? Natürlich, komm jetzt. Hey, hey, hey. Du jetzt mal nicht so. Hey. Ja. Also, da sind wir echt stolz auf dich, Elga. Voll. Pass lieber auf, dass du nicht in den Abgrund fällst. Komm jetzt hier rüber. Bist du bereit? Natürlich. Drei, zwei, eins, go. Komm hier. Oh, hau. Ich hatte schon Angst. Brauchst du nicht. Achtung. Geschütz dich. Hast du gesehen? Hast du das gesehen? Oh, das ist eine Wolke. Ich war so fasziniert von der Wolke. Ja, 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 ja. Komm hier rüber. Jetzt müssen wir zur Wolke rüber, okay? Ja. Sehr gut. Toll. Jetzt hier. Und dann sind wir gleich da. Oh Mann. So, Nio. Du lachst mich immer aus. Nja, 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 nja. Ich lach mit dir. Nee. Ich lach nicht. Ach stimmt. Du hast ja gar nicht gelacht. So, jetzt komm schnell. Beide dich. Komm, da kommt nichts mehr. Jetzt komm. Renn. Renn. Du musst rennen. Ich renn doch. Ich habe halt kurze Beine. Renn. Ja, warte doch mal auf deinen Freund. Du sagst immer, du wartest. Weißt du eigentlich? Weißt du eigentlich, dass Toad die kürzesten Beine hat, aber trotzdem der schnellste ist? Nein. Von einem Kammerkern. Jetzt weißt du es. Er ist wirklich der schnellste. Okay. Das können alle bezeugen. Ja, trotzdem hast du nicht auf mich acht gegeben gerade. Ja, du kannst. Ja, ich kann. Hallo, das war. Ich kann dich auf dich acht geben. Ich wusste rennen. Das sag ich demnächst auch mal. Ich muss da rennen. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Wir wollen korrekt durch Deutsch Hochdeutsch sprechen. Was ist hier passiert? Ja, du wolltest Hochdeutsch. Dann spreche ich Hochdeutsch. Ja, nicht immer dein Schwäbisch da auspackt. Wobei, das mache ich auch manchmal. Aber nicht so arg. Ja. Aber vielleicht tue ich das eher, wenn ich mit dir was vertone. Ich beiß mir doch nicht in den Kopf. Als wenn ich alleine vertrete. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Das klingt so komisch, wenn du das jetzt sagst. Ja. Hey, oh Mann, nein. Oh, der Fastfood-Kettentode ist wieder runtergefallen. Komm schnell. Hier rüber. Ketchup, Senf. Ketchup, Senf. Wo bist du? Dann warten wir noch mal. Rückwärtsfahren. Aber jetzt komm hier drauf und jetzt müssen wir gleich rüber, okay? Ja. Jetzt. Und Achtung. Jetzt. Okay. Und nochmal. Und jetzt geht es hier nach oben. Warte. Jetzt. Wow. Und hier. Und da. Und jetzt rüber. Rüber. Wow, nicht schlecht. Warum hast du es nicht nach oben geschafft dieses Mal? Ich habe es vermasselt. Sie ist vermasselt. Ihr habt es richtig vermasselt. Weihnachts-Pietsch, äh, Weihnachts-Rosalina und Senf-Ketchup-Toad. Der Senf-Kepatsch. Toll. Meine Cousine hat damals zu Ketchup-Kepatsch gesagt. Gewöhnt euch das nicht an. Es heißt Kepatsch. Äh, Ketchup. Gott. Oh Mann, es heißt Ketchup. Also nochmal. Gewöhnt euch das nicht an. Es heißt Ketchup. So, sprich nicht so viel. Komm, Boomerang. Oh, zwei Stück. Oh, ja, ja. Komm, komm. Das schaffen wir. Vier Stück. Und? Drei, zwei, eins. Drei, zwei. Eins. Go. Oh, nein. Aber immerhin 100 und ein ab. Los geht's. Oh Mann, ja, immerhin ein extra Leben bekommen. Immerhin. Das ist sehr wertvoll. Ja. Jetzt kommen wir in das Mäuse-Level. Oder wir machen den Galumba und dann machen wir das Mäuse-Level, okay? Okay. So, aus dem Weg, Maxi-Galumbas. Ich bin Mario. Dann nenne ich den lieben Luigi. Ich bin dein Bruder. Luigi-Type. Waa, waa, waa. Luigi. So, jetzt will ich die Krone haben. Ja, dann sammle ich zumindest mal den Stern ein. Ja, warte, warte. Dann hast du gleich die Chance, die Krone zu bekommen. Did-du-du-du-du-dum. Did-du-du-du-dum. Did-du-du-dum. Schaffe ich? Schaffe ich? Schaffe ich? Das denke ich ebenfalls nicht. Wir spielen jetzt mit Rosalina und Prinzessin. Du willst nur die Wahrheit nicht sehen. Doch. Über die Kullerhügel. Ja. So, dann. Bist du bereit? Ich habe keine Krone, also bin ich nicht bereit. Ich habe dafür die Krone. Die ist so schön. Ich brauche keine Krone. Warum nicht? Ich schaffe das ohne Krone. Süß. Aber die ganze Zeit wolltest du sie haben. Ja, ich wollte eine Krone. Das heißt nicht, dass ich sie ohne auch schaffe. Ja, das stimmt. So. Ja. Ja. Ich habe zweimal mein Katzenkostüm verloren. Aber ich schaffe es trotzdem. Ja. Ja. Eben. Ja. 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 Guck. Guck. Ja. Ja. Mann. Ich hole es mir einfach wieder. Ja. Guck. Ja. 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 Schau doch mal auf. Ja. Guck doch mal, wie gut ich das mag. Ja. Was? Liebe Katzen-Community. Da Katzen mich nicht lobt, wäre ich... Ja. Ey. Hör doch mal auf. Ja. Wäre ich dankbar, wenn ich positives Feedback bekomme. Das kriegst du auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Hör doch auf. Okay. Oh Gott. So. Galuma erledigt. Guck mal, da ist ein roter Ring. Können wir den noch kurz einsammeln? Ich sammle ihn doch ein. Ja, vielleicht hilfst du mir. Ja, ich sammle die München. Ja, der hat super geschafft. Ja, wenn du sie mir so einig hast, du musst mir halt mal zeigen. Ich habe sie nicht einig. Du hast genug Zeit gehabt. Oh, natürlich. Nein. Guck mal, die wollen dich küssen, die Goombas. Nein, die wollen dich. Ich lass mich nicht küssen. Ja, du hast jetzt die Krone. Pui, pui, pui. So. Jetzt weiter geht's. So. Bitte schön. Bitte schön. Jetzt müssen wir hier rüber. Und dann müssen wir in die Röhre, okay? Dann kriegst du das hin. Du kannst schon mal in die Röhre, wenn du es schaffst. Ich geh schon mal in die Röhre. Komm dann einfach nach. Ja, wenn ich Lust hab. Bist du beleidigt? Ja. Nein. Doch, ich bin jetzt beleidigt. Nein. Was kann ich tun, damit du nicht mehr beleidigt bist? Nett sein. Okay, ich bin jetzt nett. Toll, machst du das. Weiter geht's. Aber leider ein bisschen unauthentisch. Okay. Das brauch ich dann auch nicht. Du schaffst das schon. Los geht's. Du hast versucht. Ja. Leider ist es beim Versuch gebieten. Ich glaube, die Katzen-Community musste ich ja heute aufbauen in den Kommentaren. Weil ich's vermasselt hab. Na toll. Ich geh auf jeden Fall mal oben nach. Aber ich glaube, du bist ganz lustig so in die Idee. Ich bin lustig. Ja, viele mögen dich. Ja, danke. Sag doch, dass du in die Röhre gehst. Okay, okay. Okay, okay. Ich will gleich viel wild werden. Doch, ich bin eine Katze. Eine Wildkatze. Eine Wildkatze? Ja. Ein Wildkätzchen. Guck mal. Hier für dich. Pass hier rüber. Pass zurück. Du bist ein Wildkatze. Du bist ein Wildkatze. Kannst du auch mal was anderes außer du bist ein Wildkatze sagen? Nö. Jetzt kommen wir mit dem Stern. Ich mach mich schon auf den Weg. Guck mal, jetzt hast du schon mal 4000 Punkte bekommen. Vielleicht kriegst du es nur die Krone. Habe ich sowieso schon öfters eingesammelt. Ein Stern? Ja. Aber du kriegst noch Punkte für das Gesin der Galumbas. Okay. Du musst so Münzen sammeln für alles. Ja. Guck mal, da unten ist noch ein Stern. Wenn du den einsammelst, kriegst du auch nochmal Punkte. Okay, warte. Sehr gut. In die Röhre. Brumm. 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 So. Jetzt müssen wir noch in diese Röhre. Ja. Das kriegt keine Punkte, aber egal. Nee. Okay, warte. Nicht für das... Aber du kriegst 10.000 Punkte, wenn du ganz oben ankommst. Ja, das versuche ich. Warte. Das schaffst du. Ups. Warte, warte, warte. Wo bist du? Was machst du? Ich komme. Du darfst nicht springen, nur klettern. Genau. Und jetzt darüber. Oh, weia. Oh, weia. Komm, komm, hoch. Berührt doch die Fallenstange. Nein. Wir haben das Level offiziell nicht mit Rosalina geschafft. Hätt dich halt mal länger festgehalten. Das kann ich doch nicht beeinflussen. Oh, man. Das müssen wir rein theoretisch das Level nochmal machen. Rein theoretisch? Hypothisch ist die Leid. So. Guck mal, wenn ich das geschafft hätte. Wer hast du reingesprungen? Guck mal, 10 Minuten. Rechne mal. Ein bisschen Mathematik einsetzen. Ja, dann hättest du die Chronik gehabt. Ich weiß. Hätte, hätte Fahrradkette. Siehst du, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja. Ich habe dir so viele Chancen gelassen. Nee, habe ich. Als ob du... Als ob du... Bibi, hab ich wirklich. Ja. Ja. Okay. Mir leid. Schon okay. Okay. Hast du die Klinge, dass du mir verzeihst? Nicht immer davon ausgehen, dass ich es böse mit dir meine. Okay. Na gut. So, wir haben 10 Punkte bekommen. Und einen ab. Vielleicht müsst ihr mich jetzt auch noch aufbauen. Nee, müsst ihr nicht. Alles gut. Müsst ihr nicht. Ich kann locker damit umgehen. Hey, 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 hey. Richtig gestellt. Nein, jetzt hör auf. Aber wir sind doch ein Team. Ja. Und ich muss sagen, heute sind wir trotzdem gut vorangekommen. Auf jeden Fall. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos von uns. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dazu tippt ihr einfach links auf das Katzen-Symbol und dann auf den roten Knopf abonnieren und schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Genau. Bleibt Katztastisch.